Eine Eidechse sitzt auf den Fliesen, um die pulsierende Wärme zu genießen. Ein Kind kommt hinzu, um zu fangen den Gag. Zack, da war der Schwanz weg. Am Lago di Lugano, am Lago di Lugano, am Lago di Lugano. Ach, das gar nichts. Ist doch schön hier, reg dich nicht so auf. Kleine Eidechse, Baby, sei doch mal zufrieden, ist doch nur ein Schwanz. Ich meine, wenn du jetzt eine besondere Spezies wärst, oder eine, die kurz vor dem Aussterben steht, oder ein Einhorn, bist du aber nicht. Und wenn dir dann, also ich meine, das sähe nicht aus, wenn du ein Einhorn wärst, ohne Schwanz oder Horn, außerdem wäre es dann kein Einhorn mehr, sondern nur noch ein Ein, also komm mal klar, blöde Eidechse. Halt da mal die Fresse, komm, komm, ist doch schön hier. Anderer Ort, gleicher See, eine Frau startet die Kettensäge, um eine Palme vom Strom zu befreien. Zack, da rutscht die Hand rein. Am Lago di Lugano, am Lago di Lugano, am Lago di Lugano, macht das gar nichts. Oh, ist doch schön hier, jetzt regt die nicht so auf, die Hand ist zwar, aber du hast ja noch eine, und es war ja sowieso die Linke. Wärst du jetzt Juli Maus, der Linkseller ist, ja, dann hättest du ein Problem mit der Umschulung, das haben wir in der DDR immer gemacht. Aber hier ist das egal, wir sind ja nicht im Osten, wir sind in der südlichen Schweiz. In der südlichen Schweiz, und da ist das alles überhaupt kein Problem. Die wächst schon wieder nach, komm, das wär viel schlimmer, wenn du dir an einem Origami-Bonsai zum Beispiel deine Finger geratscht hättest, das zieht, oh, das zieht. Viel, viel, viel schlimmer. Also, das wächst schon wieder nach, siehst du, es krustet jetzt schon, es verkrustet schon, es geht ganz schnell. Ist doch schön hier. Der Wind weht die Birke kraus, wir schauen auf den See hinaus. Ein Segelkahn gerät aus der Bahn. Tja, ist ja auch kein Motorrad. Am Lago di Lugano, am Lago di Lugano, am Lago di Lugano. Mach das gar nichts. Mh, ist doch schön hier. Sei doch wohl, lieber Segler, du bist zwar ertrunken und tot und das Boot ist gesunken. Aber du kannst froh sein, dass es kein Damenrad ist. Alt und verrostet mit nem Platten und ner Acht. Außerdem unter dem ganzen Rost schimmert noch eine rosa Farbe. Und es ist Größe 22 und es wär Winter. Und du wärst in Sibirien. Und du könntest überhaupt nicht zum Fahrrad kommen, denn du wärst an einer Tanne festgefroren. Auf der Suche nach Honig, der dich vor dem Hungertod rette. Dieser Hungertod, der langsamer kommt als der Frost. Oh, jeden Einzelnen deiner Zehen wandert der Frost hoch. Oh, so ein Frost, da ist es dann auch egal, dass dich eine tollwütige Meute Wölfe umringt. Und sie knabbern dir jeden Zeh ab. Komm, ich meine, das ist ja, also ich meine, da ist doch irgendwie ertrinken in einem klaren Bergsee in der Schweiz. Mh, eine viel intensivere Erfahrung. Komm, mal klar, ist doch nur Leben. Andere Eizellen wurden gar nicht erst befruchtet. Es ist auch schön hier. Am Lago di Lugano Am Lago di Lugano Am Lago di Lugano Ist es schön